So Leute, es wird direkt mal wieder Zeit für ein Update-Video zum Bitcoin-Kurs, denn Leute, wir haben in den letzten 2 Stunden ein Breakout bestätigt, was wir tatsächlich bereits früher am heutigen Tag gesehen haben und zwar ein Breakout aus unserem großen Ascending Triangle. Wie ihr hier sehen könnt, Leute, aus diesem großen Ascending Triangle sind wir tatsächlich heute vor ungefähr 5 Stunden nach unten ausgebrochen, haben am 39.500 Dollar Support Level nochmal ein bisschen Support gefunden, sind nochmal gebounced, haben es aber nicht wieder über die Support-Linie geschafft. Nein, Leute, wir wurden tatsächlich jetzt hier in den letzten 2 Stunden rejected und was das jetzt für den Bitcoin-Kurs bedeutet, darum geht es natürlich heute im Video. Ich werde euch ganz genau sagen, was ich in den nächsten Stunden und natürlich auch in den nächsten Tagen vom Bitcoin-Kurs erwarte, was ich natürlich mit meinen Trades machen werde, denn wie ihr wisst, Leute, ich habe aktuell immer noch knapp über 2 Millionen Dollar in Long-Positionen offen. Insgesamt sind die auch immer noch mit 250.000 Dollar im Gewinn, das heißt natürlich werde ich jetzt noch nicht, auch wenn das Breakout sehr bestätigt aussieht, werde ich jetzt natürlich noch nichts an meinen Trades direkt verändern. Ich werde euch aber heute im Video ganz genau sagen, bei welchen Preisleveln und bei welchen Szenarien ich meine Trades wie vergrößern oder auch verkleinern werde. Das heißt, falls euch das interessiert, bleibt jetzt auf jeden Fall mal dran, gebt dem Video mal einen Daumen nach oben, schreibt mir, wie gesagt, wie in der Telegram-Gruppe angekündigt, einen richtigen Kommentar, natürlich auch mit eurer Bitcoin-Adresse und ansonsten würde ich tatsächlich sagen, reden wir jetzt gar nicht großartig drumherum, sondern springen direkt mal hier in den Bitcoin-Chart. Wie ich gerade schon am Anfang des Videos gesagt habe, haben wir ja wie gesagt dieses Breakout jetzt nach unten gesehen und man muss wirklich sagen, wie ich auch in den letzten Videos gesagt habe, das Ganze ist nur auf dem 1-Stunden-Chart. Das heißt natürlich, wenn wir uns das Ganze jetzt hier mal auf dem Daily oder sowas anschauen, dann sieht das Ganze immer noch einigermaßen vertretbar aus. Dann sehen wir natürlich trotzdem, dass sich ganz, ganz klar hier auf dem Daily-Chart auch eher ein Rejection-Szenario bildet, wie hier auch schon. Wir sehen hier, es bildet sich eher so ein bisschen ein Rejection-Szenario, aber der Unterschied ist natürlich diesmal, dass wir auf den kleineren Timeframes weiterhin einen Support über uns haben, was wir das letzte Mal nicht gehabt haben. Wie wir hier sehen können, Leute, hier wurden wir einfach von beiden Widerstandslinien rejected auf den kleineren Timeframes, also auf dem Daily als auch auf dem 4 Stunden. Und wie wir hier sehen wurden, wurden wir zwar auf dem Daily rejected, aber der 4-Stunden-Chart hält sich immer noch wunderbar hier über unserem Support. Wie ihr sehen könnt, über die letzten, ja, anderthalb Tage haben wir eigentlich immer wieder wirklich wunderschön hier mit dem 4-Stunden-Chart diesen Support angetestet und der wurde auch immer wieder richtig schön aufgekauft. Das heißt, solange wir hier diesen Support halten und er befindet sich aktuell so bei 39.500 Dollar bis tatsächlich runter so auf, ja, 39.000 Dollar. Also, solange wir diese Support zu einer 39.500 bis 39.500 Dollar halten, muss ich ganz klar sagen, werde ich an meinem Trade nichts verändern. Und wenn wir auch sogar nochmal auf einen kleineren Timeframe gehen, dann würde ich sogar sagen, kann man tatsächlich abwarten auf einen Drop. Ja, selbst auf 38.500 könnte ein Drop tatsächlich passieren, ohne dass wir ein wirklich bearisches Szenario hier bei Bitcoin sehen. Erst tatsächlich unter den 38.500 würde ich anfangen, mir langsam Sorgen zu machen, denn dann haben wir natürlich ganz klar hier die meiste bullische Marktstruktur direkt wieder nach unten hin verlassen. Und dann muss man ganz klar sagen, ist es natürlich sehr wahrscheinlich, dass wir nochmal hier unten diese Support-Bereiche antesten, bevor wir vielleicht ein Reversal hier langfristig beim Bitcoin sehen. Das heißt, was müssen wir jetzt im Auge behalten? Wir wollen natürlich als allererstes mal über die nächsten Tage nicht unter die 38.500 Dollar fallen. Sollten wir unter die 38.500 Dollar fallen, kann ich euch jetzt auch schon mal sagen, werde ich natürlich ein paar Profite hier bei meinen Trades nehmen, werde meine Trades tatsächlich auch ein bisschen verkleinern, werde ein bisschen Risiko rausnehmen. Sollten wir natürlich hier einen Damm tatsächlich auf die 38.500 Dollar sehen und relativ schnell sehen, dass wir wieder bouncen, das heißt, dass wir hier schönes Kaufvolumen reinbekommen und wir das Ganze eher als Support nutzen, dann werde ich zu dem niedrigeren Preis auch nochmal meine Long-Position vergrößern. Das heißt, das wird auch nochmal der Fall sein, das heißt, das 38.500 Dollar Level ist in jedem Fall ein sehr interessanter Bereich, weil wir in jedem Fall Aktionen bei unseren Positionen haben werden, die wir ausführen wollen. Und natürlich ist es ganz klar, sollten wir jetzt direkt hier die 39.500 Dollar, also diesen 4-Stunden-Support halten, dann kann es natürlich auch einfach sein, dass wir einfach noch bis morgen Abend so in die Richtung warten müssen. Bis morgen Abend können wir spätestens eigentlich einen Breakout dann hier aus dieser Zone erwarten, die sich jetzt immer weiter zuspitzt. Das heißt, aktuell Leute, es gibt noch keine neue Trade-Möglichkeit, wir haben unsere Trades weiterhin offen. Ich denke, bei einem Bounce bei 38.500 wird sich ein neuer Einstiegspunkt lohnen, nicht nur zum Vergrößern, also ich werde meine Trades vergrößern, aber ich gehe davon aus, dass man bei einem Bounce da auch eine neue Long-Position eröffnen kann. Und sollten wir natürlich endlich mal ein bestätigtes Breakout auf dem 1-4-Stunden-Chart hier über die 40.500 Dollar sehen, dann muss man natürlich auch ganz klar sagen, ist es an der Zeit, seine Long-Positionen zu vergrößern oder gegebenenfalls sogar neue Long-Positionen noch zu eröffnen. Wie gesagt, 40.500 Dollar ist so wirklich das Preislevel, was aktuell noch so über uns steht, wo ich wirklich gerne sehen würde, dass wir auf dem 1-Stunden-Chart mal eine Bestätigung sehen. Wo ich gerne sehen würde, dass wir auch auf dem 4-Stunden-Chart vielleicht mal eine Bounce-Bestätigung sehen, dass wir dann einfach ganz, ganz klar hier auf dem Daily-Chart über dieser wichtigen roten Daily-Charts-Widerstandslinie schließen, irgendwo so bei 42.000, 41.000 Dollar. Und dann haben wir natürlich auch den Fall, dass wir über den Weekly EMA-Ribbons geschlossen sind. Ich kann hier nochmal ganz kurz auf den Weekly-Chart gehen und dann sehen wir relativ schnell, würden wir tatsächlich hier bei einem Preisniveau von 41.000, 42.000 Dollar schließen diese Woche. Das heißt, drei Tage haben wir dafür ja noch Zeit und das Breakout aus diesem Bereich erwarten wir ja bereits bis morgen Abend. Dann sehen wir relativ schön, dass wir auch ein Weekly-Close über den EMA-Ribbons hätten, was natürlich auch eher ein bullisches Zeichen wäre. Ich würde aber sagen, Leute, wenn es euch jetzt wie immer gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ihr wisst ganz genau, was ich bis zu meinem nächsten Video, das heißt innerhalb der nächsten 24 Stunden mit meinen Trades machen werde und was ich natürlich auch für Preislevel im Auge behalte. Und ansonsten, Leute, würde ich tatsächlich sagen, wenn es euch wie immer gefallen hat, wie gesagt, einen Daumen nach oben da, schreibt mir einen Kommentar, Leute. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, teilt das Video, pusht das Video ein bisschen in den Algorithmus und dann würde ich sagen, bedanke ich mich und wir sehen uns tatsächlich im nächsten Morgen Video, äh, im nächsten Morgen Video, im nächsten Video morgen oder ansonsten natürlich in Updates in der Telegram-Gruppe. Genauso wie tatsächlich heute oder morgen natürlich die Gewinner von diesem Video dann auch in der Telegram-Gruppe bekannt gegeben werden. Ich würde aber sagen, wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.